Okay, du das geht gut so. Jo, eine Frage. Soll ich vielleicht doch, was ich jetzt gemacht habe, zwischen den Strophen ein bisschen längere Pausen lassen? Können wir was machen und der Zuhörer hat die Möglichkeit, den Text noch ein bisschen zu reflektieren. Es ist ja auch hier wieder sehr viel Textinformation. Der einzige, der bei der Kraft dabei ist, ist nur das Klavier, nicht die Trommel und sonst niemand. Das ist aber eigentlich ja berechtigt. Eigentlich ist es ja ein totaler Stopp. Wir könnten aber das Klavier auch mal weglassen. Kannst du kurz auswählen? Das ist zu viel. Wenn es steht. Wir müssen auf der ersten enden. Das ist nicht falsch, aber war es nur so. Ist mir so im ersten Moment aufgefallen. Dass er was macht? Das Abschlag und das Klavier hört aber verzögert auf. In der ich leben will. Mir ist es ein bisschen zu schnell. Könnte man da irgendwas machen mit dem Blei weg? Es ist eine grenzenlose Welt, in der ich leben will. In der ich leben will, ja es geht. Okay. Ähm... Ich mach... Einfach noch einmal... Hat es begonnen 2009. Da haben wir uns wieder verschuldet. Da wurde in Deutschland schäbiger Mord von höchster Stelle geduldet. Man nennt es Krieg. Es müsse so sein. So war das doch immer gelesen. Ich nenne es Mord und ich bleibe dabei. Die Kinder zahlen die Spieße. 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 Vielen Dank.